Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ganz viele Mottos. Tag der deutschen Sprache, 9-11, ein trauriger Anlass, mach dein Betttag, Tag der ersten Hilfe und keine Nachrichten sind gute Nachrichtentag. Ja, das war jetzt ein bisschen schwierig, da mir was zu überlegen, aber ich habe schon eine Idee, was ich machen möchte. Was ich noch einmal sagen möchte ist, das Tag der ersten Hilfe, finde ich auch einen sehr wichtigen Tag, da es wichtig ist zu wissen, wie man erste Hilfe leistet. Deshalb mein Appell, frischt euren ersten Hilfe Kurs auf, ihr könnt die nächsten sein, die vielleicht erste Hilfe brauchen und da ist es wichtig, dass jemand gleich handelt und eingreift und nicht vor Angst nichts macht. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Okay, ich fange wieder an. Okay, ich fange wieder an. Okay, ich fange wieder an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020